Hey meine neugierigen Freunde! Wenn uns eines immer wieder vor Augen hält, dass wir noch lange nicht alles auf dieser Erde entdeckt haben, dann sind es angespülte Kreaturen aus dem Ozean. Erst kürzlich gab es mehrere Meldungen über seltsame Wesen, die leblos an Strände angespült und dort zufällig entdeckt wurden. In diesem Video erzähle ich euch von drei dieser Sichtungen. Nummer 1. Als der Australier Alex Tan aus Queensland einen gemütlichen Spaziergang am Strand von Marichidor machte, entdeckte er plötzlich ein Wesen wie aus einer anderen Welt. Er aktivierte die Kamera seines Handys, filmte das Wesen und teilte das Video auf seinem Instagram-Profil. Das seltsamste an der Kreatur waren die menschenähnlichen Hände und die Tatsache, dass der Kopf bereits skelettiert war, während der restliche Körper noch so gut wie vollständig erhalten war. Sofort spekulierten die Leute, um was es sich dabei handeln könnte. Obwohl manche auch wieder die Alien-Theorie auspackten, glaubten viele, dass es sich dabei um ein Opossum handeln könnte, das vermutlich während den heftigen Sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen von den Südaustralien erst kürzlich heimgesucht wurde, ins Meer gespült wurde. Dort verendete es, quoll überdimensional auf und wurde schließlich ans Ufer angeschwemmt. Russell Bickner, ein Meeresbiologe an der University of New England in Australien, sagt dagegen über dem Wissenschaftsmagazin Life Science, dass er glaubt, es sei ein vollkommen durchnestes Känguru oder ein Wallaby. Sandy Inglespley, Managerin der Mammalogie-Sammlung im Australian Museum, teilt dagegen die Opossum-Theorie. Sie glaubt, dass das Tier im Ozean sein ganzes Fell verloren hat. Die Proportionen der Gliedmassen und des Schwanzes stimmen ihrer Meinung nach jedenfalls überein. Das teilte sie ebenfalls dem Wissenschaftsmagazin Life Science mit. Warum das Tier allerdings einen skelettierten Schädel hatte, darüber haben die Wissenschaftler leider keine Aussage getroffen. Nummer 2. Als der Australier Drew Lambert am 5. April entlang des Bondi Beachs joggen war, stieß er plötzlich auf eine ungewöhnliche Kreatur, die leblos am Strand auf einem Haufen Seetang lag. Er schnappte sich seine Kamera und filmte das Wesen. Zu sehen ist ein verstörend aussehendes Lebewesen, das einen schnabelartigen Mund mit Lippen zu besitzen scheint. Obwohl das Tier farblich und von der Hautstruktur an einen Hai erinnert, fehlt von Flossen oder Augen jede Spur. Drew Lambert erzählt, dass er bereits seit über 20 Jahren im Bondi lebt, doch so etwas hat er bisher noch nie gesehen. Er wandte sich also an das Sea Life Aquarium in Sydney, um Antworten zu erhalten. Die Leiterin des Aquariums, Letizia Hennen, äußerte sich zu dem seltsamen Wesen. Ihrer Meinung nach kann es sich dabei nur um einen Birnenzitterrochen handeln, der durch seine bereits fortgeschrittene Verwesung aufgebläht und verformt ist. Diese Rochenart gehört zur Familie der Zitterrochen, ist also elektrisch. Sie kommt an den Küsten Australiens vor und wird bis zu einen Meter groß. Eigentlich sind diese Rochen bekannt dafür, dass sie stundenlang überleben können, wenn sie an Strände angespült werden. Doch dieser hier hat es anscheinend nicht geschafft. Nummer 3. Am 13. März ist in der Nähe von Newlin Harbor in Cornwall im Südwesten Englands eine legendäre Kreatur gestrandet. Es war ein 4 Meter langer, äußerst seltener Grönlandhai. Normalerweise werden Grönlandhaie sehr selten gesichtet, da sie einerseits in den eiskalten Gewässern des arktischen Nordatlantiks heimisch sind und andererseits in extremen Tiefen von bis zu 2000 Metern leben. Solch einen Hai zu Gesicht zu bekommen, ist deshalb immer etwas sehr Besonderes, egal ob tot oder lebendig. Diese Strandung war erst die zweite bekannte Grönlandhai-Strandung in der Geschichte Großbritanniens. Der Hai starb der Autopsie nach an einer Meningitis, weshalb er sich in der Zeit kurz vor seinem Tod vermutlich aus seinem natürlichen Lebensraum, der Tiefsee, herausgewagt hat und dadurch schließlich gestrandet ist. Nach weiteren Untersuchungen ergab sich, dass der Hai stolze 100 Jahre alt war. Das klingt zwar viel, aber in seinem Fall hatte er damit erst etwa ein Fünftel seiner potenziellen Lebenserwartung hinter sich. Ja, ihr habt richtig gehört. Grönlandhaie können tatsächlich bis zu 500 Jahre alt werden, was sie zu den Wirbeltieren mit dem höchsten erreichbaren Lebensalter auf der Erde macht. Das waren sie, die drei erst kürzlich angespülten Lebewesen. An einem Strand in Schottland entdeckte eine Frau namens Wendy Swan während eines Spaziergangs mit ihrem Hund zwar noch ein seltsames Wesen, dieses konnte jedoch schnell als eine auf dem Rücken liegende Seemaus entlarvt werden. Seemäuse sind räuberische Fleischfresser und gehören zu den vielborstigen Ringelwürmern. Sie sind in Meeren weltweit verbreitet. Wenn ihr euch für die Tierwelt in der Tiefsee und an Land interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Mini-Dokus. Wollt ihr ein weiteres Video über eine angespülte Kreatur sehen? Dann schaut euch gerne mein hier angezeigtes Video an. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao!